Hier gibt es eine neue Disposition penale gegen alle Klienten, die in Zukunft 25 Jahre in der Prise geschehen wird, das ist nicht nur 50.000 Euro Geldstrafe, wenn ein Rekord zu einer sexuellen Dingschlechtung eines Mannes oder einer Frau ist, auch wenn die eine bestimmte Fassion occasionell schafft. Und hier gibt es eine bestimmte Fassion, die eine bestimmte Fassion, die eine bestimmte Fassion, die eine bestimmte Fassion administrative Illegale oder prekärle, eine sportliche Situation, eine bestimmte Fassion, die einen Fassion à Die Zahlессche妳le. Die Kälte muss in sich viel weise los sein. Das ist eine Infirmität, das ist eine Defizienz, Physik und Mental. Wenn ich das weiß oder etwas missen oder etwas können kann, kann ich nicht vom Park gehen, damit ich mich weggehe. Ich rischere nicht von einer Prisung auf 50.000 Euro am Morgen. Das ist ganz einfach. Wenn er dem Mut gehört hat, hätte er das gesagt, das schwedische Modell. Das ist gut. Das ist die Interdiction, pure und simple, von der Prostitution. Weil kein Klient geht das Risiko an oder nicht gealteriert, nicht gelauscht hat. Das ist also nicht eine Responsabilisierung des Klienten, wie Herr Roder im Moment gemengt wird. Nein, das ist ein schwedisches Modell. Das ist eine Interdiction, ein Sinn, den Park gehen, ausgeliefert.